Die Zahnheilkunde hat viele Gesichter. Meistens zählt sie zu den klassischen Vertretern der Reparaturmedizin. Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten im Bereich unserer Tätigkeit haben sich in den letzten Jahrzehnten jedoch stark gewandelt. Moderne Diagnostik und Therapie helfen, Erkrankungen im Mund im Frühstadium zu erkennen oder ganz zu vermeiden. Umfangreiche Zusammenhänge von Erkrankungen im Mundbereich mit allgemeinmedizinischen Erkrankungen sind bekannt geworden und spielen mittlerweile eine große Rolle in unseren Behandlungen. Nahrungsaufnahme bedeutet Lebensfreude bis ins hohe Alter. Die Vermeidung von Alterung und Verschleiß im Mund oder die Restauration von vorhandenen Defekten gewährleisten aber nicht nur eine gute Funktionalität beim Essen, Trinken oder bei der Kommunikation mit anderen Menschen, sondern bewirken auch den Erhalt oder das Erlangen von Selbstsicherheit und Zufriedenheit bei der Bewegung in der Öffentlichkeit. Zahnerhalt, Prophylaxe, Prävention und die Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Disziplinen in unserem ärztlichen Netzwerk stehen daher in unserer Praxis im Vordergrund. Aber auch im Bereich des Zahnersatzes bieten wir Ihnen mit unserem umfassenden Behandlungsspektrum alle Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin. Wir nehmen uns Zeit für Sie, hören Ihnen zu, beraten Sie individuell und finden mit Ihnen zusammen die richtige Therapie für Sie. Unsere Praxis bietet Ihnen ein modernes und bewährtes Therapiespektrum mit individueller Bestimmung des Zustandes und der bestehenden Risiken, Vorsorge- und Prophylaxe-Behandlungen, Zahnerhalt mit modernen, körperverträglichen Therapieformen, restaurativer Zahnheilkunde mit modernsten Werkstoffen, Paradontalsanierung mit Bestimmung des individuellen Keimspektrums, Implantologie mit dreidimensionaler Diagnostik und Planung, Beratung zu Schutzmaßnahmen bei Sportlern, computergestützter Funktionsdiagnostik, interdisziplinärer Behandlung des Kiefergelenks, Laserbehandlung im Bereich Paradontologie, Endodontie und Chirurgie, ästhetischen Zahnaufhellungen mit säurefreien, schonenden Wirkstoffen, individueller Beratung, einer Schmerzsprechstunde zweimal täglich, schmerzfreier Behandlung in der angenehmen Atmosphäre unserer Praxis und geringen Wartezeiten. Auch Kinder und Jugendliche sind in unserer Praxis herzlich willkommen. Die Beratung von Eltern zur Vermeidung von Erkrankungen und Fehlstellungen der Zähne bei Kindern zählt zu unseren besonderen Anliegen. Sämtliche Räume sind vollklimatisiert und unser Wartezimmer verfügt über einen kindgerechten Aufenthaltsbereich. Unsere Praxis ist barrierefrei und über einen Aufzug leicht zu erreichen. Wir bieten Ihnen besondere Öffnungszeiten, die insbesondere unseren berufstätigen Patienten entgegenkommen. Von Montag bis Freitag sind wir in der Zeit von 8 bis 20 Uhr durchgehend für Sie da. Einen Termin erhalten Sie bei uns nach entsprechender telefonischer oder persönlicher Vereinbarung. Erreichbar ist unsere Praxis unter der Telefonnummer 0201 95 94 94 2 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.zahnarzt-e.de Unser Team freut sich auf Ihren Besuch.